Was ich gerne wüsste 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 Dann frag ich mich auch, wie die Oma erfand, doch wohl nicht beim Internet chatten. Vielleicht war ja sie die Prinzessin im Land und er muss von Drachen sie retten. Opa-di-dab-dab, Opa-di-bi-di-da. Opa-di-dab-dab, Opa-di-bi-di-da. Opa-di-dab-dab, Opa-di-bi-di-da. Opa-di-dab-dab, Opa-di-bi-di-da. Ein spannendes Leben hat Opa gehabt vor über zwei Millionen Tagen. Ob er ein paar der Geschichten noch weiß, vielleicht sollt' ich ihn einfach mal fragen. Opa-di-dab-dab, Opa-di-bi-di-da. Opa-di-dab-dab, Opa-di-bi-di-da. Opa-di-dab-dab, Opa-di-bi-di-da. Opa-di-dab-dab, Opa-di-bi-di-da. Vielen Dank.